Klar ist das schön hier. Der Klimawandel spielt uns ja voll in die Karten. Es hat ja kaum noch Nebel. Ist doch klar, oder? Klar ist, überall und auch hier in Neu-Ulm und in der Doppelstadt gibt es viel zu bewegen. Für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, für uns gemeinsam. Wir können unsere Stadt mal ganz kreativ in schönes Licht tauchen. Kostet nicht viel, macht sie aber schön. Wir können auch Mobilität mal neu denken. Für den Clip heute bin ich ja zumeist zu Fuß unterwegs. Aber ansonsten kennt man mich in der Stadt ja nur auf dem Fahrrad. Klar ist doch, unsere Lebensqualität darf nicht auf Kosten von anderen gehen. Klar ist auch, unserer Wirtschaft tun richtige Entscheidungen immer gut. Klar ist deshalb, gehen Sie am 15. März zur Kommunalwahl. Wählen Sie nicht radikal, wählen Sie Freiheit, Demokratie und Ökologie. Wählen Sie CSU. Und dann gerne mich, Thomas Kießling, für den Stadtrat Neu-Ulm. Auf der CSU-Liste Nummer 23. Gemeinsam für Neu-Ulm? Ist doch klar! Untertitelung des ZDF, 2020